Ich freue mich immer wieder hierher zu kommen, ich fühle mich wie zuhause und vor Heimpublikum spielen zu dürfen ist immer wieder schön und ich werde auf jeden Fall die Woche genießen. Es gibt vieles auf das man sich freut, auf die Fans vor allem, weil die Stimmung ist einfach fantastisch, wenn du zuhause spielst, das Essen ist ja auch fantastisch und ja, hoffentlich kann man es so lange wie möglich genießen. Das ist ein Regency, liebe Zuschauer, liebe Gäste! Ich denke, dass jeder ein sehr guter Job macht, dass das Event fühlt sich wie zuhause und es ist eine gute Erfahrung für uns, es ist eine gute Erfahrung für die Fans, es ist immer etwas Neues und anderes jedes Jahr und sie denken immer weiter und ich mag das. Ich freue mich! Ich freue mich! Ich freue mich! Ich freue mich! Ich freue mich!